Danke, Studio Rot. Jürgen Möllemann kam, sprach und verunglückte. Jürgen Möllemann, FDP-Politiker, von 1987 bis 1992 Bundesminister und von 1972 bis 2000 Mitglied des Deutschen Bundestages, nahm nie ein Blatt vor den Mund. Wiederholt hatte er die amerikanische Politik der Wirtschaftssanktionen gegen die irakische Bevölkerung nach dem 11. September 2001 scharf attackiert. Vor allem aber setzte er sich beharrlich für eine friedliche Lösung des Nahostkonfliktes ein, forderte sichere Grenzen für Israel und einen eigenen Staat für die Palästinenser. Er sei strikt gegen alle Attentate auf Zivilisten, doch so wörtlich, wer andere Leute Länder besetzt, muss wissen, dass die sich wehren. Palästina werde seine Zukunft verwehrt. Die Ursache sei der Bruch des Friedensprozesses von Oslo durch Sharon. Ariel Sharon war von 2001 bis 2006 israelischer Ministerpräsident. Dieser brach das Völkerrecht und wollte nie ein gleichberechtigtes Palästina neben Israel. Den UN-Sicherheitsrat nannte Möllemann eine Witzfigur. Möllemann wörtlich, wenn er innerhalb von wenigen Wochen mehrfach Beschlüsse fasst, die sagen, Sharon müsse das Völkerrecht einhalten, dann aber, wenn er es ablehnt, tun sie nichts. Im Jahr 2002 ließ Möllemann ohne Rücksprache mit dem Parteivorstand acht Millionen Faltblätter an alle Haushalte in Nordrhein-Westfalen verteilen, in denen er Ross und Reiter des Nahostkonflikts beim Namen nannte. Daraufhin geriet er in heftige Kritik und wurde abermals als Antisemit beschuldigt. Seine Partei FDP ließ ihn unter anderem wegen seiner angeblich ungesetzlichen Finanzierung seines Flugblattes fallen. Am 5. Juni 2003 hob der Bundestag Möllemanns Immunität auf und weniger als 30 Minuten später sprang er mit dem Fallschirm in den Tod. Aussagen einiger seiner Freunde führten zu Spekulationen, er sei ermordet worden. Möllemann mag es ohne Rückhalt schwer gehabt haben, doch ist er bei weitem nicht der Einzige, der auf mysteriöse Weise verunglückte, nachdem er Missstände beim Namen nannte. Wir danken Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend.